Ich bin mir sicher, alles ist eine Lüge, die Welt ist eine Scheibe. Modern Horizons 3 Collector Displays kriegen wohl einen klitzekleinen Restock, wie wir hier bei JK Entertainment für 373,45 Euro zum 15.07.2024 sehen. Grund genug für mich, den EV zu aktualisieren. Ihr kennt und liebt die Tabelle. Wenn ihr sie nicht kennt, verlinke ich euch hier das alte Video. Das heißt, da könnt ihr euch dann anschauen, was, 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 was bedeuten tut. Hier ist nur eine Besonderheit zu beachten an sich. Ah, ich bin blond. Und es sind nicht die Preise vom 10.06. Ich kann es jetzt aber nicht mehr ändern, weil ich hier mit STRG Z, STRG Y arbeite, sondern vom 25.06., sprich heute. Und ich habe hier den Durchschnittspreis von allen Karten neu berechnet. Und ich habe hier ein Delta. Das heißt, das ist die Abweichung zu den Preisen vom 10.06. Das sind die Preise. Und hier ist dann dieser Preis minus der andere Preis. Und am Ende seht ihr, an welchen Slots wir gewonnen und welchen wir verloren haben. Fangen wir mal an, um euch das zu verdeutlichen. Die Durchschnittspreise der Cummins, Uncommons, Voll-DFC-Uncommons, Voll-New-to-Modern-Uncommons und der Traditional-Fall-Fall-Eldrasi-Länder seht ihr hier. Das erhöht den Expected Value um 45 Cent. Und vor 16 Tagen war der Expected Value an dieser Stelle 25 Cent weniger, an dieser Stelle 20 Cent weniger und an dieser Stelle 12 Cent höher. Das heißt, letztes Mal hatten wir den E-V von 45 Cent. 12 Cent und jetzt 45 Cent. Theoretisch sind wir jetzt gerade besser. Ich gehe mal runter. 5,42 Euro. Jabadabadu. Und den Einkaufspreis habt ihr gerade gesehen. 373,44. Weiter geht's. Retro-Frame-Cummins, Uncommons und Voll-DFC-Uncommons-Wasters. 14 Cent sind die Retro-Frame-Uncommons-Wert minimal teurer geworden. Erhöht den E-V um 8 Cent. Und die Voll-Retro-Frame-Cummins, Uncommons und Voll-DFC-Uncommons-Wasters sind jetzt 11 Cent, 50 Cent, 1 Euro wert. E-V erhöht sich hier um 36 Cent. Und das letzte Mal war ein Tick teurer. 40 Cent, 33, 39 Cent. Ja. Also wir sind jetzt, wenn man das alles zusammenrechnet, aktuell 31 Cent drüber. 31 Cent ist das Booster an den Uncommons, Cummins und Ländern teurer als vor 16 Tagen. Und das ist vor allem wegen dieser MD-DFC, Double-Faced-Cards in den Uncommons-Slot, die Länder, die Uncommons-Boldlands, kann man ja sagen. So, gehen wir ein bisschen runter. Der erste Slot, das ist ein Money-Slot. Voll Rare, voll New-to-Modern-Rare, voll Mythic-Rare, voll DFC-Plainswalker, voll New-to-Modern-Mathic-Rare. 3,85 Euro im Schnitt, EV 49 Cent runtergegangen. 1,71 Euro im Schnitt, 4 Cent billiger geworden. 19,46 Euro im Schnitt, ist 1 Cent teurer geworden. Die Mythic-Rass halten gut dagegen. 24,61 Euro, 17 Cent günstiger geworden. 8,56 Euro, 1 Cent günstiger geworden. Man sieht hier leicht oder tendenziell eine sinkende Tendenz. Tendenzielle sinkende Tendenz. Aber nicht so wild, ne? 1 Cent Unterschied im EV, 7 Cent Unterschied, 1 Cent Unterschied. Nur bei den Rares sind wir bei 50 Cent. Wenn wir das mal kurz zusammengucken, waren wir vor 16 Tagen 29 Cent besser jetzt. Das heißt, das, was die Uncommons und Cummins aufgebaut haben, hat der erste Rare-Slot jetzt ein bisschen verloren. Und der zweite Slot ist nicht gut. Die Extended Art Commander Rares erhöhen die wie um 1,08 Euro, 49 Cent runtergegangen. Edged Voll Commander Mythic Rares, 5 Cent, 10 Cent runtergegangen. Die Borderless Profile Mythic Rares und Voll Borderless Profile Mythic Rares erhöhen die wie um 7 Cent, sind ganze 18 Cent runtergegangen. Also das muss man sich mal vorstellen. Waren halt bei 25 Cent, jetzt noch bei 7 Cent. Es sind nur Cent-Beträge, aber das ist prozentual eine ganze Menge. Und die Extended Art und Voll Extended Art Commander Mythic Rares sind irgendwie nur um 5 Cent, waren aber auch 10 Cent teurer. Also in diesem Slot sind wir bei 1,25 Euro und waren mal bei 2,12 Euro. Also schon deutlich reduziert fast nur noch die Hälfte wert dieser Slot. Aber jetzt kommt ja der Slot, der uns vor 16 Tagen das Make-or-Break gemacht hat. Wir sind jetzt nur bei 7,55 Euro, 90 Euro das Display. Wir kriegen noch den Full-Monty-Slot und diese zwei Wild Cards in Folge. Extended Art Rares und Mythic Rares erhöhen die wie um 2,77 Euro. Sinken aber auch um 34 Cent. Dann die Borderless Frame Break Rare, Mythic Rare, Profile Rare, Profile Mythic Rare und Concept Eldrasis. Ich habe das mal ein bisschen zusammengefasst, damit ihr nicht jeden einzeln sehen müsst. Immer noch gut dabei, aber die ersten drei sinken um 11 Cent, 17 Cent, 10 Cent. Die Profile Mythic Rare Non-Foils erhöhen sich um 25 Cent, offensichtlich wegen Nardu und Flage, glaube ich. Ja, nur Flage, Nardu ist ja Rare. Und die Concept Eldrasis sind teurer geworden. Die Concept Eldrasis sind um 3 Cent teurer geworden, beziehungsweise erhöhen die wie um 3 Cent mehr als vor 16 Tagen. Die Borderless Fetchlander, der Land Rare Cycle, Mythic Rare Land Rare Cycle, das ist halt Ugin, ist das Ugin? Das ist Ugins Labyrinth. Und die Deep Sea Planeswalker erhöhen die wie nun um 3,18 Euro, sind gesunken. 15 Cent, 20 Cent, 2 Cent, 5 Cent. Also bisher sinkt hier alles bis auf die Borderless Profile Mythic Rare und die Concept Eldrasis. Aber nicht so dramatisch, ne? Ist jetzt wert 9,91 Euro, 86 Cent günstiger. Also nur 10% entgegen 50. Jetzt haben wir im ganzen Block 5 Karten hier. New to Modern Karten, Frame Break Rare, Mythic Rare, Profile Rare, Mythic Rare und Borderless Mythic Rare. Das ist Phyrexian Tower. Und steigt hier irgendwas im Preis? Ja, die New to Modern Frame Break Mythic Rare sind um 2 Cent gestiegen. Die New to Modern Profile Rare sind exakt gleich geblieben und die anderen sind nur 1 Cent und 2 Cent runtergegangen. Dann haben wir die Retro Frame Rare und Mythic Rare gehen 46 Cent beziehungsweise 9 Cent runter. Die New to Modern Retro Frame Rare und Mythic Rare gehen 4 Cent und 2 Cent runter. Und die MH2 Retro Frame Rare und Mythic Rare, das ist so Asper Sentinel, Dress Down, die 5 Elemente und Ragavan, sind 3 Cent und 23 Cent runtergegangen. Dieser ganze Slot ist nun 15,49 Euro wert, war vor 16 Tagen 1,86 Euro teurer. Also knappe 10 bis 15 Prozent runtergegangen. Aber immer noch hält sich im Rahmen, finde ich. Also ich finde besonders bemerkenswert, dass manche Mythic Rare halt so im Preis stabil geblieben sind. So, der letzte Slot. Das ist unser sogenannter Full Monty Slot. Wir sind gerade bei 23,04 Euro pro Booster. 276,45 Euro Display Preis. Kriege ich das irgendwie hin, dass man das alles sieht? Ja, perfekt. Die Foil Extended Art Rares, Foil Extended Art Mythic Rares erhöhen die Nivee um 1,86 Euro und sind 49 Cent günstiger geworden. Wir sind fast bei 300 Euro. Foil Borderless Frame Break Rare, Frame Break Mythic Rare, Profile Rare, Profile Mythic Rare und Concept Eldrasi sind bei 15,12 Euro, 30,73 Euro, 30,01 Euro, 1968 Euro und 73,56 Euro und hier ist jetzt spannend zu wissen, ob die Borderless Profile Mythic Rare mit Flage offensichtlich und Concept Eldrasis hier in Foil auch gestiegen sind und 0,5 Euro, minus 29 Euro, plus 0,03 Euro und minus 23 Cent. Also die Concept Eldrasis sind minimal gesunken, die Borderless Profile Mythic Rare sind gestiegen um 3 Cent. Der nächste Friera Cycle, die Fetch Lender sind 34,96 Euro wert in Borderless im Schnitt. Die anderen Shifting, Woodlands, Arena of Glory und so 6,32 Euro. Borderless Land Mythic Rare, das ist ja wieder Urgends Labyrinth, 78,50 Euro und die Voll-DFC Planeswalker 37,89 Euro im Schnitt. Und sind auch alle einen Tick günstiger geworden. 6 Cent, 12 Cent, 2 Cent, 12 Cent. Wir sind aber schon bei 363,74 Euro und das ist der Preis fast, den es gerade wieder kostet, 373. New to Modern Frame Break, die Rare ist 9 Euro. Mythic Rare, das ist der Nether Golf, 50. Profile Rare ist 12,06 Euro. Borderless Mythic Rare, 9,19 Euro. 15, nee, das hier ist Extended Art. New to Modern. Das ist Kalia. Kalia of the Vast and Foil, 50 Euro, wäre krass. Und das hier ist Tower of Phyrexia, Phyrexian Tower, 45 Euro. Das hier, 52,57 Euro, ist der Nether Golf. So, sorry, ich bin ein bisschen durcheinander gekommen. Wie wirkt sich das auf den EV aus? 15 Cent günstiger geworden. Gleicher Preis, die Kalia. Und auch die Profile Mythic Rare und Borderless Mythic Rare haben ungefähr den gleichen Preis. Und die voll New to Modern Profile Rare haben den Verlust der voll New to Modern Framework Rare ausgeglichen. Also dieser ganze Bereich hier ist nur um 2 Cent gesunken. Die New to Modern Karten waren ja vorher schon nicht die stärksten mit nur 1,07 Euro EV, aber die sind auch nicht gesunken. Dann haben wir jetzt die voll Retro Frame Rare. 18,63 Euro, 30,89 Euro, sind um 10 Cent und 28 Cent gesunken. Die New to Modern Retro Frame Rare, 6,90 Euro, 14,95 Euro, sind um 8 Cent im EV gesunken. Und die MH2 Retro Frame Rare, hier Dress Down und Estor Sentinel, habe ich gerade schon gesagt, sind um 6 Cent und um 20 Cent gesunken. Also die Elemente wurden jetzt nach und nach immer mehr gezogen, sind im Preis gesunken. Dann haben wir Edged Foils. Es gibt 12 Edged Foil Rares und 10 Edged Foil Mythic Rares. Dann haben wir noch die Special Guest Elemente, Textured Foil Special Guest Elemente, Textured Foil DFC Planeswalker und die Double Rainbow Serialized Eldrasis. Hier kann ich vorab sagen, das hat den Displaypreis um einen ganzen Cent verändert, diese Preisänderung hier bei den Double Rainbow Serialized Eldrasis. Wir sind auch schon bei 427 Euro. Wer erinnert sich daran, wo wir vor 16 Tagen waren? Gut, ich habe es gerade schon eingeblendet, aber Edged Foil Rares sind 4,74 Euro wert, erhöhen den IV um 44 Cent und sind um 6 Cent gestiegen. Die Edged Foils sind nämlich richtig selten hier im letzten Slot. Die Edged Foil Mythic Rares sind 20,88 Euro wert, erhöhen den IV um 81 Cent und sind um 5 Cent gesunken. Die Special Guest Elemente Mythic Rares in Foil sind 24,86 Euro wert, erhöhen den IV um 1,09 Euro, sind deutlich günstiger geworden um 44 Cent, fast, naja, 40, naja, 40 Prozent. 30 Prozent. Die gleichen Edged Foil sind 38,50 Euro wert, erhöhen den IV um 73 Cent und sind um 28 Cent gesunken. Die Edged Foil DFC Planeswalker sind 47,30 Euro wert, erhöhen den IV um 90 Cent und sind auch um 24 Cent gesunken. Und die Double Rainbow Series L30s sind immer noch 2.195,83 Euro wert, sind also ein bisschen runtergegangen von 2,5 knapp, glaube ich. Aber der IV war ja Latte, weil ich das nur mit 0,001 Prozent berechne, weil es ja nur 750 Stück gibt. Der Preis eines Boosters sind 39,60 Euro. Der Display-Preis 475,20 Euro, sprich der Expected Value, ist also runtergegangen. Und zwar, wir können ja mal hier das Delta zusammenzählen, um glatte 6 Euro pro Booster. Gleich. Zack. Warum nicht? Nein, gut, er will es nicht. Gleich. 12 mal 6. Und 72 Euro, wenn wir das zurechnen, sind wir bei 547,20 Euro. Oder eigentlich gesagt 25. Gucken wir uns nochmal an. Hier seht ihr es, 475,20 Euro. Und hier war der alte, 547,25 Euro. Das war der EV vor 16 Tagen. Dann habe ich euch hier nochmal meine Keyfacts neu eingeblendet, welche ich gerade kurz überarbeitet. Ihr seht, ein Display ist 475,20 Euro im Schnitt wert. Es kostet derzeit 373,45 Euro, wird dann zum 15.07. geliefert. Ja, das ist erst in 20 Tagen. Aber das ist gerade halt der Fakt. Bei CardMarket sind 200 Displays weniger als vor 16 Tagen. Und vor 16 Tagen waren es... 567. 41,2% des gesamten EVs kommen aus dem letzten Slot. 16,56 Euro. Das waren vor 16 Tagen noch 42,85%. 19,54 Euro. Und vor 16 Tagen war der EV 40,3% höher als der aktuelle EK. Er ist jetzt 27,2% höher als der aktuelle EK. Der EK ist tatsächlich einen Tick runtergegangen. Aber der Display-EV ist ja auch knapp um 72 Euro gesunken. Grundsätzlich habt ihr hier 100 Euro, beziehungsweise 27,2%, abzüglich 5% Kartenmarktgebühr gewinnen. Wenn man unendlich viele Collector-Displays aufmacht und dementsprechend immer 102 Euro oder 101,85 Euro, 75 plus macht. Ja. Soviel dazu. Das ist, glaube ich, jetzt das letzte Mal, dass ich das aktualisiere für eine ganze Zeit. Vielleicht in einem halben Jahr oder Jahr nochmal. Aber als nächstes kommen Assassin's Creed und Bloom Barrow. Ihr wisst, der Wizards-Kalender ist eng getaktet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Hierin liegt überhaupt nicht mehr biscuit, ist es auch ein kleines Loch in der Mitch Block. Gonzaltos Rater. ij sagt er über inom Luft Seven.